Musik Heute bin ich in Cevi-Koswig und spreche zu dem Thema Chancengleichheit. Ich verbinde mit dem Thema die Gleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Meiner Meinung nach darf die Bezahlung nicht vom Geschlecht abhängen. Mit ihrer Stimme am 22. September wird die SPD mit dem Entgeltgleichheitsgesetz die Betriebe verpflichten, Lohndiskriminierung von Frauen aufzudecken und endlich zu beenden. Wir werden bei einem Wahlsieg zudem eine 40% Geschlechterquote für Aufsichtsräte und Vorstände börsennotierter und mitbestimmender Unternehmer verbindlich festlegen. Der öffentliche Sektor muss dabei beispielhaft vorangehen. Die SPD ist die Partei, die endlich mit einer Diskriminierung zwischen Männern und Frauen aufhören möchte. Unterstützen Sie mich dabei. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Musik 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 Musik